hallo und herzlich willkommen meine genossen mein name ist dennis und heute zeige ich euch die fl ja die fl hat 180 zu 20 schuss also insgesamt 200 schuss in der waffe reicht vollkommen sie hatten ein schuss wird also einmal drücken eine kugel und ich gebe hier ein stärkenwert von fünf diese waffe gab schon bei black ops 1 und deshalb auch schon also das heißt deshalb gibt es hier auch bei black ops aber dazu komme ich gleich das ist die epic win also epic wm heißt sie aber ich nenne es epic win weil sie einfach nur sowas von bombastisch geil ist die muni hier ist 30 zu 360 schuss sehr sehr viel muss ich sagen vor allem weil es mit drei abwürstwaffe ist also einmal drücken drei kugeln und ja stärkenwert von 8 gebe ich hier bei mal auf ja ich sag jetzt mal ich gebe ein Beispiel trauen bin ich 150 ab diese Waffe Gepäck gepanscht und sie haut rein 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 barm 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 alter so richtig heftig fett aller und ja dann um gibt es diese Waffe auf den Karten alle 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 Karten die es gibt haben diese Waffe und ja mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen zu dieser Waffe deshalb bis zum nächsten mal viel Spaß am zocken und haut rein bei 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 bei